Wir haben zurzeit einen wichtigen Wendepunkt, astronomisch und auch astrologisch, materiell, aber auch spirituell. Und dieser Wechsel zeigt sich so an, astrologisch betrachtet, dass wir zwei Ereignisse im Moment durchleben. Auf der einen Seite haben wir das Equinoxium, auf der anderen haben wir den Eintritt von Venus in das Sternzeichen der Tiefe und der Transformation Skorpion. Und in diesem Video werdet ihr erfahren, welche astronomische und astrologische Bedeutung diese zwei Ereignisse haben. Wir sind gerade jetzt in Zeiten der Finsternisse, denn wir haben am 17. Oktober die letzte Mondfinsternis. Und bevor das geschieht, am 2. Oktober, also in wenigen Tagen, haben wir eine Sonnenfinsternis. Also wir befinden uns in Zeiten der Transformation Astro-Rebellen, in Zeiten des Wechsels, in allen Sinnen. Viele Menschen haben Angst, weil sie wissen nicht, wie es weitergehen sollte, im Hinblick auf Karriere, im Hinblick auf persönliche Projekte, Geldanlage. Also es gibt sehr viel Unklarheit, auch im Bereich der Gesundheit, wie es weitergeht. Und diese Seiten des Wechsels deuten darauf hin, dass wir vieles überprüfen sollten, dass wir diesen energetischen Wechsel so verinnerlichen, dass wir die Fähigkeit haben, nicht nur das Alte loszulassen, sondern uns für das Neue zu öffnen. Und das bedarf einer gewissen Tiefe, einer gewissen Ernsthaftigkeit, insbesondere wenn Venus in das Sternzeichen Skorpion morgen am 23. eintritt. Mein Name ist Emmanuel von 10 Stern, ich bin dein astrologischer Lebenscoach, Lebensberater. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, bitte tu das jetzt, damit du keine wichtigen Beiträge in der Zukunft verpassen kannst. Astronomisch betrachtet, bezeichnet die Tag- und Nachtgleiche oder Equinoxium den Zeitpunkt im Jahr, an dem der Tag und die Nacht nahe zugleich lang sind. Dies geschieht, wenn die Sonne genau über dem Äquator steht, sodass ihre Strahlen senkrecht auf die Erdachse fallen. Und dies geschieht zweimal im Jahr, also wir haben im Frühjahr um den 20. März die Tag- und Nachtgleiche, das ist die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche, und jetzt haben wir die Herbst-Tag- und Nachtgleiche, denn hier beginnt der Herbst um den 22. und den 23. September. Während der Tag- und Nachtgleiche sind beide Erdhälften, die nördliche und die südliche, gleichmäßig von der Sonne beleuchtet. Das bedeutet, dass der Tag und auch die Nacht zwölf Stunden dauern. Und das ist egal, wo man sich auf der Erde befindet. Dies markiert den astronomischen Beginn des Herbstes bei uns in Deutschland und in Europa. Und natürlich in dem Süden ist das ganz, ganz anders. In Südamerika haben wir den Start des Frühlings. Was bedeutet dieser Wechsel, diese Bewegung der Sonne? Das bedeutet, die Tage werden kürzer ab heute. Bis zum 21. oder um den 21. Dezember. Danach, nach der Sonnenwende, werden die Tage wieder länger und länger. Aber im Moment haben wir das Gegenteil. Das heißt, die Nächte werden länger und länger und es wird kühler. Der Sommer ist jetzt vorbei. Die Tag und Nachtgleiche am 22. September um 14.43 Uhr. Wenn die Ekliptik den Himmelsäquator kreuzt, markiert einen Wendepunkt im astrologischen Jahr und bringt einen Energieschwung, Astro-Rebellen. Und dieser Energieschwung erlaubt uns, tiefe Veränderungen zu bewirken. Aber die Findung von bestimmten Antworten erfordert natürlich eine Überprüfung von dem, was war und dem, was ist. Es erfordert eine gewisse Klarheit. Damit man erkennt, aha, hier muss ich in meinem Leben bestimmte Veränderungen bewirken. Veränderungen, die dazu beitragen, dass ich mich weiterentwickeln kann. Und manche Entscheidungen sind in diesem Prozess der Erkenntnis und des Wachstums nicht einfach, aber notwendig. Und wir befinden uns gerade in einem Scheideweg. Es ist eine gute Zeit, über unseren bisherigen Weg nachzudenken. Es ist auch eine gute Zeit, um das Ende zu gestalten, was möglich ist und was notwendig ist in einem bestimmten Bereich unseres Lebens. Und obwohl wir nicht hundertprozentig Kontrolle auf alle Faktoren in unserem Leben haben, besonders nicht während der Eklipsensaison oder Finsterniser Saison, bietet uns diese Tag und Nachtgleiche die Möglichkeit, unsere Absichten klar auszusprechen, mental, aber auch mündlich auszusprechen. Deswegen schreibe ich manchmal zu allen meinen Lesern auf der YouTube-Community oder auf meinem Blog, auf meiner Webseite Affirmationen, die man laut aussprechen sollte. Und somit können wir uns mit dem Fluss von universellen Energien verbinden und Veränderungen mit Bedacht durchführen. Der Schleier zwischen der physischen und spirituellen Welt wird dünner in dieser Zeit, Astro-Rebellen. Die Sonne tritt in Waage ein. Waage ist das Zeichen der Harmonie. Das heisst, wir müssen im Moment uns darauf konzentrieren, Harmonie zu verschaffen. Aber diese Harmonie können wir nur erreichen, wenn wir in die Tiefe gehen. Weil Venus, die Herrscherin von Waage, da wo die Sonne eintritt, ist ab morgen im Zeichen der Tiefe. Das ist Skorpion. Und Skorpion betrifft Schattenthemen. Das heisst, wir müssen uns mit unseren eigenen Schatten und mit den Schatten anderer auseinandersetzen. Damit wir die Stärke entwickeln, in der Wahrheit und in Erkenntnis davon, die Veränderungen zu bewirken, die wir in unserem Leben auf jeden Fall durchführen sollten. Morgen am 23. wie gesagt, wechselt Venus von der Waage in den Skorpion. Und das ist in nur wenigen Stunden von der Veröffentlichung dieses Videos. Und der Eintritt von Venus in den Skorpion geschieht, nachdem die Sonne von der Jungfrau in die Waage übergangen ist. Und das ist kein Zufall. Denn das zeigt uns, ab diesem Zeitpunkt starten wir in eine sinnliche, emotionale und spirituelle Phase, die bis zum 17. Oktober andauern wird. Denn am 17. Oktober haben wir die letzte Mondfinsternis. Und Venus wird dann in das nächste Zeichen, in Schütze, eintreten. Also ihr seht, dass alles sehr synchronisch miteinander funktioniert im Universum. Im Moment ist es eine perfekte Zeit, Astro-Rebellen, um mal so richtig in die Tiefe deiner Gefühle zu gehen und dich deinen inneren Schatten zu stellen. In dieser Phase geht es darum, Liebe und Verlust zu umarmen, loszulassen, in die Ängste und Unsicherheiten einzutauchen und dich auf tiefere emotionale Verbindungen einzulassen mit dir selbst und danach mit anderen. Wir wissen, was Skorpion bedeutet. Der Skorpion will, dass du deine verborgenen Wünsche und Leidenschaften erkennst und das Unbekannte in dir selbst annimmst. Man muss manchmal in sich hineinspüren. Ja, also nicht im Kopf gefangen sein, im Gedanken, sondern auch die Fähigkeit entwickeln, tief in seinen Inneren bestimmte Gefühle wahrzunehmen und sich von seinem Herzen führen zu lassen, damit Gefühl und die Gedanken harmonisch miteinander funktionieren. Deswegen tritt die Sonne in die Waage ein. Also das heißt, wir haben eine Harmonisierung, die gerade erforderlich ist, zwischen Geist und unserem Herzen, zwischen Vernunft und Gefühl, damit wir in dieser Ehe von beiden Polaritäten die Antworten finden, die erforderlich sind. Nicht nur, damit wir Klarheit haben in Bezug auf unsere Zukunft, sondern damit wir die Stärke entwickeln, die wir brauchen, um jegliche Herausforderung zu überwinden. Weil Stärke kommt nur, wenn man persönliche Integrität hat. Und wie sollte man das haben, wenn das, was man denkt, nicht harmonisch mit dem ist, was man fühlt und was man braucht, emotional betrachtet. Während Venus durch den Skorpion wandert, werden Beziehungen intensiver. Wo die Waage nach Balance und Harmonie gesucht hat, strebt der Skorpion hingegen nach emotionaler Tiefe, Vertrauen und dem Verschmelzen der Seelen. Und das ist nicht immer ein reibungsloser Prozess. Also, Liebe bedarf manchmal Leiden, das gehört manchmal dazu. Und jetzt ist die Zeit, um Verbindungen zu vertiefen, Astro-Rebellen, indem du dich verletzlich und ehrlich zeigst. Weil Skorpion möchte keine Rolle spielen. Er ist einfach so, wie er ist. Punkt. Das kennen wir. Ich bin selbst Skorpion. Also, wir sind ehrlich, direkt und wir gehen in die Tiefe. Der Skorpion, der Herrscher über Sexualität, Ehe und geteilte Ressourcen erinnert uns daran, Astro-Rebellen, dass wahre Intimität bedeutet, Kontrolle loszulassen und volles Vertrauen in die Beziehung zu haben. Und viele Menschen haben Probleme damit, sich auf einer intimen Ebene mit einem anderen zu verbinden, weil sie selbst in Selbstversweiflung geraten sind. Und wie sollen dann Beziehungen funktionieren, wenn man die Beziehung zu sich selbst nicht richtig pflegt, wenn man sich selbst verachtet und keine Selbstliebe praktiziert. Und Selbstliebe kann man auf verschiedene Art und Weisen ausüben. Und wenn man keine Selbstliebe praktiziert, dann funktionieren Beziehungen nicht. Und deswegen solltest du zuerst alleine diese innere Balance zwischen Vernunft und Gefühl finden, jetzt zu Tag und Nacht gleiche finden, jetzt wo die Tage und wo die Nächte gleich sind. Der Tag steht für Bewusstsein. Ja, das ist ja die bewussten Anteile unserer Wahrnehmung und die unterbewussten Anteile unserer Wahrnehmung werden durch die Nacht gezeigt. Und jetzt sind sie beide gleich. Also, das ist die Botschaft, was uns vermittelt, jetzt ist die Zeit, Harmonie zu finden. Es geht darum, sowohl die Schönheit als auch die Vergangenheit der Liebe zu akzeptieren, denn beide haben ihre Daseinberechtigung. Und Liebe und Verlust gehören einfach zusammen. Die gehören dazu, zum Thema Partnerschaft. Das muss man zugeben. Und in dieser Phase könnten alte Vertrauensprobleme hochkommen, Lügen, Manipulationen. Das muss man alles in Partnerschaften erkennen, wenn Venus ab morgen bis 17. Oktober im Zeichen von Skorpion ist. Und das gibt uns die Möglichkeit, Wunden zu heilen und natürlich auch bestimmte Ängste zu heilen. Das ist sehr wichtig. Auf dieser Reise der Venus durch den Skorpion werden wir einige starke planetarische Konstellationen erleben, die diese transformative Energie noch zusätzlich verstärken, denn wir haben am 4. Oktober ein Trigon zwischen Venus und dem rückläufigen Saturn in den Fischen. Das dürfen wir nicht vergessen, Astro-Rebellen, was einen stabilisierenden Effekt auf Beziehungen und Finanzen haben kann. Und das ist jetzt im Oktober eine ideale Zeit, um langfristige Bindungen zu stärken, egal ob in der Liebe oder bei materiellen Dingen, auch bei Geschäften, bei Geschäften aller Art ist diese Konstellation bei vielen Menschen sehr fördern im Hinblick auf ihre Ziele. Am 8. Oktober bildet Venus dann ein Trigon mit Mars im Krebs, was uns hilft, ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen und Wünschen in Beziehungen zu finden. Also auf der einen Seite haben wir das, was man will, auf der anderen das, was man braucht und das erfordert natürlich eine realistische Perspektive, sodass man irgendwo Kompromisse eingeht. Und die Intensität bleibt erhalten im Laufe des kommenden Monats, im Oktober, denn Venus wird am 14. des Monats eine Opposition zur rückläufigen Uranus im Stier bildet. Das ist auch ein Aspekt, der unsere Aufmerksamkeit anregt. und wir haben dann eine Sonnenfinsternis am 2. Oktober in der Waage. Also diese Spannung zwischen Uranus und Venus zeigt an, dass hier die Gelegenheit gibt, Unabhängigkeit zur Geltung zu bringen, die eigene Unabhängigkeit. Aber zu gleichem Zeitpunkt haben wir auch die Gefahr, dass man unerwartete Wendungen im Geschäft oder in Partnerschaften, in Beziehungen erfährt. Du wirst mit diesen Konstellationen von Venus im Laufe ihres Transits im Skorpion herausgefordert, dich von Einschränkungen zu befreien, Astro-Rebellin, Astro-Rebell, so dass du Authentizität zulässt. Ja, es ist besser, wenn man abgelehnt ist, weil man so ist, wie man ist, als wenn man eine Lüge erlebt. Ja, also man sollte ehrlich sein, zu sich selbst, aber auch zu anderen. Und jetzt im Oktober werden viele Wahrheiten aufgedeckt, beziehungsweise Geheimnisse. Und wir haben am 15. Oktober, das ist auch noch etwas, wir haben ein Trigon zwischen Venus und dem rückläufigen Neptun in den Fischen. Und das zeigt uns an, dass wir nur mit Mitgefühl oder Vergebung eine tiefere Verbindung zum Göttlichen herstellen können. Und was ist das, was ich als das Göttliche bezeichne? Das ist eine hohe Wahrnehmung. Ja, also wenn du im Grohl oder in Selbstverzweiflung gerätst, dann bist du von dir selbst abgetrennt, von deinen wahren Absichten. Und dann wirst du von äußerlichen Umständen oder von anderen Menschen kontrolliert. kreative Energien sprudeln mit diesen Aspekten zwischen Venus und Neptun. Und das ist auch eine gute Zeit, würde ich sagen, für künstlerische und spirituellen Ausdruck im Laufe des kommenden Monats. Und bevor Venus dem Skorpion am 17. Oktober verlässt, bildet sie noch ein Sextil mit Pluto. Das ist auch ein wichtiger Aspekt auf 29. Grad im Steinbock. Und das ist ein letzter großer transformativer Moment für deine Beziehungen. Diese Konstellation ermutigt dich verletzlich zu sein, alte Machtstrukturen zu hinterfragen und die Liebe von ihnen heraus zu transformieren, wenn es im Skorpion holt ungelöste Emotionen wie zum Beispiel Kroll oder auch ich meine es können positive aber auch negative Emotionen vorhanden sein, aber meistens spricht man hier von Wunden. Wunden, die an die Oberfläche auftauchen und das gibt ja die Chance zu heilen und innerlich zu wachsen. Das heißt, wir haben im Laufe des kommenden Monats viele emotionale Turbulenzen, viel Intensität mit Venus im Skorpion und das wird sich auch weltlich zeigen. Wir haben sehr dramatische Entwicklungen im Oktober in der Welt. Ja, das will ich nicht dramatisieren, das ist einfach so wie es ist astrologisch betrachtet. Es ist eine Zeit deine Bindungen und Wünsche zu hinterfragen mit diesen Kombinationen zwischen Venus, Uranus, Venus, Pluto, Venus, Saturn oder 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 ist es auch eine Zeit oberflächliche Verbindungen loszulassen, die deiner Weiterentwicklung nicht mehr dientlich sind. Es gibt auch eine transformative Kraft in der Luft, die sich im Bereich der Liebe bewirken wird. Venus im Skorpion lädt dich dazu ein, auf einem tiefen emotionalen und spirituellen Weg zu gehen und die Liebe auf ganz neue intensive Weise zu erfahren. Hier können bestimmte Verbindlichkeiten zu Ende kommen, aber genauso können neue tiefgreifende Verbindlichkeiten entstehen. Also wir haben eine Polarisierung dadurch, dass Skorpion ist eine polarisierende Kraft, eine extreme Kraft, die in beiden Richtungen der Polarisierung gehen kann und wir haben Aspekten zwischen Saturn Pluto zwischen Venus und Pluto Venus Saturn Venus Neptun Also es passiert sehr vieles im Oktober wie ihr seht Astro Rebellen die Lage ist sehr intensiv sehr dramatisch Es wäre empfehlenswert sich Klarheit über die eigene Zukunft über das eigene Schicksal im Moment zu verschaffen nicht nur weil Venus in Skorpion geht nicht nur weil heute die Tag und Nacht gleich ist sondern weil wir mittendrin sind in dieser Phase der Finsternisse insgesamt drei Finsternisse und wir haben die Finsternisse am 2. Oktober Sonnenfinsternis und am 17. Oktober beenden wir die Finsternisse Saison mit die letzte Mondfinsternis also das sind die astrologischen Entwicklungen also wir haben sehr viel Spannung was jetzt auf uns alle zukommen wird im Oktober 2024 wenn du eine individuelle Prognose eine Prognose haben möchtest ich bin da für dich es geht ganz schnell du buchst einen Termin auf meiner Webseite dann bekommst du eine Rückantwort von deinem Termin beziehungsweise eine E-Mail Bestätigung davon und das war's also es geht sehr leicht und dann werden wir uns gemeinsam ich und meine spirituellen Partner ich spreche jetzt nicht von Menschen ok also wir werden uns dein Horoskop anschauen ich werde dann am Telefon dir sagen was Sache ist was solltest du in einer schwierigen Situation der Versweiflung der vielleicht auch problematische Inhalte da werde ich dir Auskunft geben Informationen geben die für dich sehr hilfreich sein werden du kannst deinen Termin auf meiner Homepage buchen www. 10 Stern Astrologie .com Ich wünsche dir viel Glück mit diesen Konstellationen ich hoffe dass du den Oktober 2024 mit viel Intensität und Kraft nicht nur überlebst sondern auch erfolgreich in allen deinen Lebenswegen bist in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute . . . . .